ah ja kevin schläft noch nicht schlafen lassen er hat leider ein bisschen zu tief ins glas gekückel deswegen muss ich seinen job heute übernehmen ein bisschen laut ja ja ein bisschen oh nein warum dringelst du so hab niemand was gemacht scheiße machst du denn mein lenkrad macht schon wieder spinnereien wo steht das mähwerk hier oben alles oben hatte ich hör den mähdrescher schon hier ich sehe ihn und höre ihn so wo haben wir denn letztes mal aufgehört ich weiß es gar nicht mehr bei der letzten reihe ja hier hast du aufgehört wo ich jetzt lang fahre da hinten schon also die reihe muss jetzt fahren wo ich jetzt hochfahre da muss jetzt wieder runterfahren oder hochfahren aber das siehst du doch ah ja ich hab den blinker noch an also kevin hat glaube ich zu tief ins glas schon geguckt gehabt weil hier ist ja manchmal wirklich alles buckelig gefahren er hat auch meine kiste ausgetrunken hat er hat sich gegönnt nach dem feierabend letzte runde ja ja nur gesagt wir gehen nur abendessen und gehen dann direkt wieder aufs feld hat er in der zwischenzeit wirklich im bad die komplette pull abgezogen ja starte die maschine na ja mal bald ich schaffte feld du christ ja jetzt mehr über überhaupt winter winterweizen oder haben wir jetzt wieder das falsche saatgut dafür gekauft inwiefern egal ob sommer oder winter das keimt alles ja wir düngen das mit ei geholt und dann kommt das hoch habt ihr das letztens in der zeitung gelesen hat jemand geschrieben wir sollen bio anbauen jo ok hat einer an den anhänger gedacht achso irgendein dully hat bei mir schon wieder alles abgekuppelt kein wunder dass diese maschine nicht startet ja in der zwischenzeit kannst du aber mal schnell harald anrufen unser nachbar dass der mal vielleicht den schlepper überfahren können die gemeinde möchte demnächst nur noch bio bauern unterstützen gibt nix mit bio so sieht das aus ja das ist ja nicht bio das ist ja vegan was du meinst wenn es kein fleisch ist ist ja dass wir nicht hier pestizide und so wird alle trophy spritzt bio schmio sag ich immer da und ja alle drauf ob seit wächst hauptsache es ist radioaktiv ja und werdet kauft wird es uns doch eher ob seit die knete kommt rüber also sprit hat kevin hier in den net rein im vier reingetankte hat angst der hat getankt leer zu machen da hätte ich auch ich habe auch nur vor halb voll der ist ja nicht mehr halb voll ihr könnt auch nur meckern wird vor der arbeit habt das heißt ein frohe arbeit zu haben wer weiß überhaupt das ob wir ob wir hier gut verdienen ich habe mir das mal durchgerechnet also dolle kommt nicht raus ja und du sagtest 5000 ist nix wenn wir das zurückzahlen müssen aber mal sehen wir haben wir noch ein bisschen zwei monaten wird er in neu verhandelt von roten müssen wir mal die nachbarn anheuern ob wir da ihre felder machen können mit unseren maschinen oder was mit unseren maschinen rolle die wald fähig ich sag mal wenn unser feld ja fertig ist kann man ja vielleicht ein feld machen soll mal gucken wer hilfe braucht lise lotte von schräg gegenüber die alte schachtel ich bin jetzt 60 prozent ja letztens den hunden auf mich gejagt also als ich sie das letzte mal gesprochen hatte sagte sie sie ich soll immer mike vor vorbeischicken ja die braucht halt mal ein bisschen kräftigen mann vor sich kräftigen mann sagst du ja in welcher welt lebst du denn nur weil du einen schraubenschlüssel anheben kannst bist du nicht gleich kräftig ja doch auf junge wer da hämmert oder was das muss der nachbar us sein hast du gehört was mike gesagt hat du sollst mal den anhänger holen ja mach das ich habe keine zeit dafür er hat denn hier bitte gegrubbert aber bestimmt noch kevin gute frage du hast auch ein paar stellen vergessen zum sehen ja am anfang also mittlerweile komme ich ganz gut zurecht wir warten mal wenn es helle ist dunkel kann ich auch viel sagen ja man sieht ja kaum was die lichter hier die funzeln bringen ja nix jetzt auch noch über das lichtbeschwerden da sieht ja oma mehr oma erner mehr im dunkeln kann ja auch von ihrem ganzen geld sich night mission kaufen ja ich sag dir das die hat bestimmt den ganzen tag am fenster gehockt mit ihrem sniper gewehr und hat uns angeguckt in auf dem feld doch denn in amerika darfst du ja sowas stundenlang da hat sie mit ihrem zielfernrohr am fenster gesessen und hat uns beim sehen und ernten beobachtet aber wo oma erner bei uns gar nicht da war na ja ja im urlaub wieder von der ecke um die er wo wusste von dem urlaub wieder um die ecke kam mussten wir gleich verschwinden was hoch was schon wieder was vergessen ein warum muss ich lang rechts oder links rechts geradeaus muss ich erst mal rechts immer rechts und den oleg ist schon wieder feucht oder was ja ich bin müde gruppen auf der uhr wie später das ist wir arbeiten ja schon seit über 18 stunden hier auf dem feld ich dachte power nap hat geholfen bin zu nüchtern hätte kevin den kasten nicht gegeben hätte den nicht leer getrunken der liegt jetzt schön im bett auf der faulen haut und ruht sich aus naja ich weiß ja nicht ich habe auch ein telefonat vorher mitgekriegt da hat oma erner ihm irgendwas gesagt wegen seinem schnupfen den er da ein bisschen hatte dass er einfach warmes bier trinken soll sind wir jetzt hier in engeland und ich glaube ich habe raus gehört dass er die badewanne mit bier dann gefüllt hat hat wahrscheinlich so einen richtigen dröhnfaktor gegeben hat man nicht immer gesagt bier ist gut für die haut das war doch milch milch aber milch ist gift ich schalte mein funkgerät gleich aus die debatte habe nicht ich angefangen sondern das war irgend so ein youtuber du hast zeit für youtube natürlich bei oma erner hatte euch noch ein bisschen mehr zeit als er warst du auch nur am faulenzen das ist ja schon mal die größte lüge die ich gehört habe mike stimmt mir zu was der frisst schon wieder der hat irgendwo ein stück ich sehe gerade mit meinem schlepper gerade kommen da hatte ich noch meine nüsse essen die hat bestimmt alex in den trecker liegen gelassen die nüsse die hat er sich ja immer schön tief in den mund gesteckt mag ja auch nüsse ab und zu sind ihm die auch auf dem boden gefallen ich höre den mähdrescher schon wieder muss erst mal ein bisschen warm laufen ja der kallriemen quietscht auch vor sich hinweg dachte du hättest ein bisschen öl an den kallriemen gemacht habe ich kommt der politikerin fragt mich wieder bis vorbesitzer das gemacht hat wenn er ganz alleine auf dem hof war du hast doch das feld gesehen viel hat er ja nicht gemacht ja musst du mal länger hatte trotzdem so viele schlepper und war aber ganz alleine ja die mutterhaube hat die pizza gut knusprig gemacht alter oder hast du die schleppe auf der zwangsversteigerung einfach dazu erstanden ja ja was habt ihr euch eigentlich mal drüber gedanken gemacht weil dass wir uns vielleicht wenn es nachher auf bessere gute oma erner maschinen geht dass wir vielleicht uns einfach zwei saison mäßig über mähdrescher um mieten könnten beim großhandel ist aber teuer du brauchst ja mähdrescher und schneidewerkzeug aber so könnten wir uns halt erstmal die unterhaltskosten von unserer maschine sparen die muss ja trotzdem bezahlen also teuer wird dann bei die oldtimers nicht da ein bisschen fett drin da ein bisschen öhren fertig ja und nachher explodiert unser motor und der motor wird auch nicht so teuer aber dann haben wir wenigstens ist ein grund uns eine neue maschine zu holen ja wow gute einwand dann muss man halt mit einer schere schneiden hier ich bin der erste dass ich vorn an feldrand setzen kein finger grün also ich glaube da das noch so alte dinge sind panzer tape reiter vollkommen ja oder wie wollen wir mit mit spucke geht alles ich spuck dich dann auch an ach komm geh fort und dodo was sagst du zum ergebnis erst dann verdient war halt eine top leistung das war halt eine komplett andere maßen aber natürlich hätte ich auf die andere mannschaft lieber gehofft aber wenn halt unschlüssig was heute passiert ja ich auch ich gehe eher davon aus dass die 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 heim spielen auch gewinnen aber gucken ja die anderen sind momentan so ein bisschen am schwächeln gefühlt ja gut dass ich nur bahnhof verstehe ja deswegen allem 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 schon wieder zu viel pokémon gespielt oder was ja nein ich mag pokémon nicht das war meine kindheit ich bin damit umgewachsen ja bei mir war das auch schon als kindheit aber das ich weiß nicht du bist du bist du bist du bist so jung also das hat mich persönlich nicht angetönt lass das mal hier die dorfbewohner nicht hören doch ja denn die stehen schon mit fackeln und heugabeln vor der tür ich sagte dann ja wie gesagt pokémon das hat mich nicht so weiß nicht das war nicht so meint also ich hatte rot blau gelb also ich habe eine ganze menge pokémon gab ich habe mit blau habe ich angefangen dann habe ich mit geld weitergemacht dann habe ich irgendwann noch die rote edition gehabt denn gold und silber ja da habe ich gold gehabt dann habe ich mir die feuerrote edition geholt habe sich auch mal diamant oder so ja die gibt es auch noch ich habe aber ich glaube ich habe perl gespielt und nicht diamant obwohl ich diamant dann später noch zusätzlich gespielt hatte so aber ab die neuen teilen hier legenden of a kiosk oder wie die die edition da hieß da ging es dann bergab dort habe ich wohl nicht mehr gemacht die die also das letzte was noch gut raus kam war strahlender diamant aber das klar ist halt nur eine nachmache mit besserer grafik im alten spiel ich bin auch ein strahlender diamant aber hier purpur oder wie das neue hieß da das ist ja der letzte müll ja ja das habe ich auch mal gespielt oder hier dieses dieses wo du fotos machen musstest in diesem pokémon park ja wie hieß das pokémon spiel auf dem handy pokémon go oder so ja ja das hat mich auch absolut nicht angetönt da bin ich da war ich tatsächlich auch raus herr christ da musst du raus sehen von zu hause ich habe ich habe da zwar ab und zu habe ich tatsächlich mal reingeschaut aber so für allgemein spielen war das nicht meins aber 87 prozent aber gleich mal kommen würde ich bin ja im moment bei let's go evoli dran pokémon catch mich gerade zurzeit gar nicht ja ich muss sagen gut es ist halt immer dasselbe was du machen musst pokémon fangen ja nicht unbedingt das geht ja nicht nur ums pokémon fangen sondern auch ums um kämpfen und die arena orden zu holen die top 4 besiegen ja aber das hast du doch eigentlich von jedem pokémon ding hast du das ist immer das gleiche oder ja natürlich aber es kommen ja neue pokémon dazu es kommen neue regionen dazu könnte man doch das eine updaten einfach also wenn du das bei jedem spiel sagen würdest oder machen würdest dann würde es gar nicht so viele games auf dem markt geben natürlich nicht aber das ist genau das bringt halt zu wenig geld ein die wollen ja alle geld haben mit ihren games wie gesagt fifa könnte sich auch einfach jedes jahr ab ja fifa ist ja noch mal eine ganz andere sache das ist ja eigentlich nur dasselbe außer dass es immer bessere grafik wird ja da ändert sich ja gar nichts außer die spieler die da die du auch nicht wenn du sagst es kommen neue gebiete mal dazu und mal ein paar neue pokémon aber jetzt auch eine welt neuheit wie keine ahnung komplett anderer spieltechnik oder so also ich muss sagen von den damaligen spielen hat sich doch einiges geändert ich glaube du bist da ganz weit entfernt weil du läufst ja nicht mehr im gras rum und wirst dann einfach angegriffen sondern du siehst die pokémon wirklich in dem gras rumlaufen und wenn du meinst die hast du schon oder die brauchst du nicht dann läufst du einfach weiter also das ist schon eine große änderung wenn du dir der alten spieler ansiehst